Grüß euch, da ist der Chris Stäger und heute bin ich bei die Melker Pioniere und da schauen wir uns an, was die alles so machen. Ja, wir sind bei den Melker Pioniere angekommen und dann ist es gleich schon losgegangen mit der Wasserfahrgrundausbildung. Wir haben die ganze Ausrüstung, die man dazu braucht, die ganzen Boote, die Seile und das ganze Equipment schon vorbereitet. Und bevor es aufs Wasser geht, ist die Sicherheitseinweisung natürlich ganz wichtig. Da lernt man, wie man sich auf dem Boot verholt und dann ist es dann schon auf die Donauhaus gegangen und da haben wir uns ins Rudern angeschaut. Ja, nach dem Rudern ist es auch schon zum Stangeln gegangen und da tut man mit dem Schiffshacken gegen die Strömung das Boot weiterschüren. Und das ist dann schon relativ anstrengend und das braucht auch eine gute Übung. Aber mit der richtigen Technik wird das dann mit der Zeit alles besser. Ein Wasser zu sehen mitten auf der Donau, das war schon richtig gewaltig und eine super Erfahrung. Aber hier sind wir wieder auf dem Land, weil die Pioniere haben uns da auch ganz viel zu bieten. Als erstes hat es eine Einführung gegeben bei einem Minibagger. Da hat man mal erklärt, für was die ganzen Sachen da sind in einem Bagger. Aber ich habe mich auch in einem Geräserbagger hineinsitzen dürfen, der vorne einen Holzgreifen oben gehabt hat. Und da habe ich noch ein bisschen probiert, das Holz zum Aufnehmen und zum Transportieren. Und jetzt verstehe ich auch, warum die Ausbildung einige Zeit dauert. Weil die können dann wahnsinnig präzise mit dem Gerät arbeiten. Ja, und am meisten gehört, ich war dann ins Fahren mit der Planierraupen. Da hat mir ein junger Wachmeister gezeigt, wie es funktioniert. Und da hat man dann schon gescheit was bewegen können. Es war auch ein richtig spannender Tag bei den Melker Pioniere. Aber das, was wir jetzt hier angeschaut haben, war noch ein Bruchteil davon, was die sonst noch besser machen. Weitere Infos gibt es auf karriere.bundesseure.at. Das nächste Mal sind wir bei den Luftstreitkräften. Ich rufe die Schatz wieder vorbei. Eita, big friend. Ciao. Baba.